Bibliotheks-TV Stadtweit für Sie unterwegs Erfahrung aus zweiter Hand Mit Oldenburgs Reisesender Nummer 1 Schon heute sehen, was Sie morgen erleben. Bibliotheks-TV präsentiert Ihnen die Reise des Tages Hallo und herzlich willkommen bei Bibliotheks-TV zur Reise des Tages. Die Reise, die wir Ihnen jetzt vorstellen, kostet Sie normalerweise 400 Euro. Wenn Sie jedoch bis vorletzte Woche 24 Euro buchen, dann zahlen Sie nur noch 1000 Euro pro Tag. Wir sparen also einen Haufen Kohle. Jederzeit geht es dann nach Oldenburg. Hier wartet das 5 Sterne Stadtbibliothek. Unsere hochkompetenten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind froh für Sie des Tages. Gesunde Ernährung und exklusiver Service sind uns wichtig. Ebenfalls dabei ein Superior-Zimmer mit exklusiven Shuffle-Service direkt vor die Tür. Geräumige, gut beleuchtete Zimmer laden zum Verweilen ein. Vor den freundlichen Hausgeistern gilt es sich nicht zu fürchten. Die berühmtesten Security aller Galaxien sorgt auch für Ihre Sicherheit. Für sportliche Begeisterung gibt es Premium-Fußball der Erstklasse. Bei ruhiger Atmosphäre können Sie ohne gestört zu werden eine erlesene Auswahl im Hörbücher lauschen. Brandneue E-Books ermöglichen auch Ihnen noch nie dagewesene Flexibilität. Eine einmalige Massage sorgt für totale Tiefenentspannung und Knochenbrücher. Auch mit an Bord ein Sonnenstudio mit Gesichtsmassage und Kopfsauna. Illegale Roboterinnen sind an der Tagesordnung. Familienfreundliche und exotische Tiere sind uns Freude in Kinderaugen. Aber Achtung, dieses Angebot ist nur bis vorletzte Woche auf 24 Uhr buchbar. Na, sind Sie neugierig geworden? Dann passen Sie jetzt gut auf. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Traumreise und vieles mit Ihnen buchen können. Anmelden können Sie sich ganz einfach in allen Einrichtungen der Stadtbibliothek Oldenburg. Alle korrekten und wichtigen Informationen finden Sie auf www.stadtbibliothek-oldenburg.de www.stadtbibliothek-oldenburg.de Untertitelung des ZDF, 2020